Du auch, vor allem weil wir das letzte Sonne rausgefunden haben beim Bekloppenprojekt. Ja. Das war geil. Es war reiner Zufall. Da bist du außerdem reingefallen, ne? Mhm. Weil ich da erst so einen Reiher gebaut hab, da hab ich zwei reingebauten, dann ein drittes Ding. Alter! Und dann bin ich da einfach reingefallen. So. Ich hab da nämlich ein bisschen weiter gemacht. Gestern. Wow, Mini-Zombie, Mini-Zombie! Oh, ey, zwei Stück auch noch. Ey, ihr kleines Flitzer. Also, sieht auf jeden Fall geil jetzt aus. Ja. Gebäude hab ich noch nicht ganz fertig gemacht. Das hab ich nicht so gelassen, aber es ist so ein Nebenraum, ne, zwei Nebenräume hab ich fertig gemacht. Okay. Ja, ich hab nämlich weiter gesagt. Weil, wie gesagt, ich im Moment noch auf die Community-Server zugegangen bin. Das ist ja der, deswegen ja kein Stress, Mann. Ich mach ja da sowieso ein Nebenraum. Nö, mach ich auch nicht. Aber, Alter, ich komm da auf die Welt. Komm mir erstmal, fast mein ganzes Deck, äh, mein ganzes Rucksack nur voller, äh, Chocobo-Federn. Weil ich ja noch in dieser, da in dem Magikerturm war, ne, und als ich in meine Welt rein ging, kam alles mir hingegen geflogen. Oh. Was nur ging. Boah. Boah, creeper. Nicht jetzt. Hau einfach ab. Boah, ey, was ist mit dem creepern heute los? Haben die irgendwie Explosionsfreude heute, oder so? Wahrscheinlich, ne? Und Level 20 Level noch. Boah, ich steck echt nur in voller Pfeile. Das sieht geil aus, wenn man das im Schatten sieht. Kommt jetzt doch, wie es kommt. Boah, jetzt soll ich ja so ein Spawner in der Nähe geil. Hab ich ja. Na, du ja. Ich nicht. Na, aber den benutze ich gerade noch selten. Das Geile wäre, mit Alva wäre hier wirklich ein Spawner in der Nähe, und ich bin extra soweit gelaufen, um einen zu finden. Okay. Das wäre lustig gewesen. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Ich könnte ja schicken, um kurz zu gucken, ob hier wirklich eine Neigung ist. Gibt's nicht. Mach ich aber nicht. Mach ich auch nicht. Wow. Ist erbärmlich, sowas. Alter. So was ist echt erbärmlich, wenn man das macht. Das hat man genug schon auf dem Server mitgekriegt. Mit X-Way. Ja gut, du kannst das auch machen. Äh, du brauchst eine Funktion und lässt dich in so ein Glas, ach, in so ein Glowstone-Block reinglitschen. Okay. Das geht. Du brauchst nur so einen Piston benutzen. Pistonhebel, ein Repeater. Hm. Wer brauchst du ja nicht für, unten Glowstone-Block. Es geht. Da ist das viel dämlich gewesen. Es ist gerade am Kaktus gestorben. Na gut, hätte auch Centus heißen können. Ach, als Maul. Du kannst mich mal. Ich bin erst Level 12. Aha. Uh. Ich habe mit Level 8 gestartet gehabt. Aber ich habe ja auch zwischendurch... Na gut, du hast mit, guck mal, du hast mit Level 8 gestartet, ich habe mit Level 0 gestartet. Aber ich habe zwischendurch auch noch Kartoffeln rausgenommen. Kommt der auch noch dazu. Und der ist weg. Hm. Bei mir auch. Bei mir auch. Okay. Okay. Zack. Zack. Du hast gleichzeitig diesmal gestartet. Hm. Ja. Grab, 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 Grab. Ja. Aber die reichen normal 29,7 oder sowas. Ja. Du brauchst es ja nicht. Ja. Ich weiß. 9 und 2. Gibt es auch diese Rendermöglichkeiten. 29,7. Ja. Oder 29,4,7 oder irgendwie so eine komische, komische Zahl. Ja. Und wie viel habe ich denn mal? Ähm. 41, 42, passt aber voll. Naja. Das ist recht vollkommen. Und ohne Aufnahmen habe ich ein bisschen mehr. Mit Shader. Glaube ich so 80, 90. Naja. Du brauchst irgendwie nicht so viel. Aber es ruckelt ja auch nicht. Deswegen ist es ja vollkommen egal. Ja. Richtig gut. Wenn das ruckeln würde, müsste ich mir Sorgen machen. So. Im Kopf. Im Kopf. Und du mir auch. Vielleicht sollte ich auch mal meine Java-Version updaten. Wäre vielleicht auch so eine gute Möglichkeit. Aber nur so eine kleine gute Möglichkeit. Aber auch nur vielleicht. Muss ich unbedingt, aber... Wäre doch schon vielleicht so. Ja. Vielleicht aber auch nur. Vielleicht. Vielleicht lassen wir es auch einfach. Vielleicht einfach mal mein Update da durchlaufen. Lass uns mal gucken, was denn noch fehlt. Vielleicht aber nur. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Autsch. Guck die ganzen Kisten durch. Überall wieder Kohle, 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 Kohle. Hm. Wie immer. Weißt du doch. So. Ach ja. Drei Stück. So. Ich stelle mich mal hier rein und guck mal in die Sonne rein. Bäh. Kurz was trinken. Bäh. Ja. Ach hier. Wir sind da Tür noch nicht stackbar gewesen. Oder? Warte nicht. Ne. Aber 1,8 Euro ist oder nicht? Hm. Weiß ich nicht. In der Meinung ja. So. Machen wir in die Tür rein. So tehe ich die kleinen Babyküren auch aus? Ich lass sie ja für hier drinnen ohne Witz. Zur Not schnetzel ich die weg. Ja. Ich muss schnell Punkte haben, wie ich Punkte kriegen kann. So. Ähm. Ja. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Keine Ahnung mehr was. Weiß ich nicht. Du hast einen kleinen Pillemann? Ach ja. Das hatten wir in den letzten Aufnahmezeichen auch schon mal erwähnt. when es gab ne? Dass wir dann mit 1,8 weitermachen. Ja. Das hatten wir auch erwähnt Herr Centros. Ist auch so. Wann wirklich 1,8 rauskommt, dann würden wir damit weitermachen. Ja. So ein bisschen einfacher. Ja. Mach schon wie lange du nur mochtest ne? Dann haben wir die Shader mehr. Oder so. Ääh. Aber das geht eigentlich meistens gleich schnell mit dem Shader zu weitern. Doch. Dass du den wieder reinmachen kannst. Sehen wir ja. Ja. Obwohl. Bis jetzt sind die auch 1,751. Bis jetzt sind die auch 1,751. glaubt die warten auch bevor die noch höher machen sommer keinen stress machen können ich glaube auch dass wir auf 1 8 jetzt waren hat es ja sowieso nicht verändert hat sie auch nicht durch den die scheiß habe ich keine treppen ich glaube nächstes mal machen wir wirklich ein inventory fix drauf obwohl das eigentlich hast du ja schon recht aber nein eigentlich kann die kühe wieder füttern habe ich noch stein habe ich immer Prozent Prozent das ist jetzt mit Kürtel und dann fällig Kürtel den Kürtel heute seitdem der Richtige die die Kürtel Nein, jetzt bin ich ins Loch reingefallen. Hallo, Mukus. Kommt! Nein, jetzt kommt das Hühnchen auch noch mit. Meine Katze ist immer noch. Hühnchen! Nein, geh ins Loch, Hühnchen! Kommt! Ich weiß noch, wo ich die Hunde geholt habe und unterwegs sind die nicht mehr hinterhergekommen. Boah ey, das war so ekelhaft. Nein, jetzt ist auch ein Pferd abgehauen. Ich mach gleich aus dir Salami. Pferdesalami! So, Hühnchen. Nein, komm. Das sollen wir auch nochmal auf dem Server einbauen. Was? Ein Pferd in ne Salami. Alter, Alter. Wurde er gesagt, ein Pferd in ne Lasagne, so meine ich. Nananananananat. Aber Pferdes ist echt in ne Lasagne gesteckt. Das hätt auf jeden Fall was. Nein, ne Pferde Lasagne. Nein, Pferd, Alter, spinnst du? Komm, später. Ich glaub, die meisten werden sich kaputt lachen, wenn die das sehen. Nein, geh da rein, Pferd. Geh da rein wieder! Husch! M-m-m. Ich bin genau ins Loch eingefallen. Genau da rein, wo ich nicht wollte. Boah bist du schlecht. Boah. Boah. Boah, was ist das Kack Hühnchen? Da. Boah. Hühnchen. H-r-regg. 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 H-r-regg aber nicht. H-r-regg. H-r-regg aber nicht. H-r-regg. einfach drin überleben ist nein ist nicht wahr doch geht da rein überlebte einfach es ist heute nicht es ist ich heute war doch die mögen dich alle nicht ja ich merks wie nix neues aber das wird es einfach so fertig ich mag hier keiner ich mach das auch mal mit den kühen anders er kriegst ja morgens erfahrungspunkte ja nicht oben ist ja noch eisen und gold drin besonders wenn du vor viele damit einmal hast du rennst einfach immer durch für das hier alle kannst du wieder von vorne füttern ja fast fünf minuten oder so dauert das irgendwie keine ahnung ich weiß nicht und ungefähr so hin ja ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich muss dir mal das 3together angucken von sepp mitchell und tt warum haben da hat er das wenn ich auch gemacht mit der kuhfarm daher ist das nämlich die idee so auch in so einem riesen feld und alles so lakühe also bringen auch schnell erfahrungspunkte die ersten ja ganz einfach wenn das zu viele sind einfach mal durch kann man schwert und dann hast du gefordert genau ziehen offen dann kriegst du noch mal für das fleischbraten so sieht aus centus du hast ist erfasst du bist richtig der held vom erbeerfeld nach lauermich nah annehmen wir dich nie tun so kühe seit ihr dran du sprachst du sprachst du sprachst du sprachst du sprachst diese schnelle musik musik was denn jetzt und krebs oder musik was denn jetzt musik so als geht das loch weiter um gewollte wird er nicht gerade groß das loch was ich hier mache das loch das loch das loch das loch aber ich glaube ich ziehe da noch so eine mauer rum dass da nicht irgendwelche viecher rein rein in der nacht nach immer mit rein damit tun sich doch nur weh das ist ja nicht weh ich kann einmal hier irgendwo bei dir richtig witzig heute ne wieso also nicht dachte ich mir immer so ich habe nur gefragt wie tief du das gemacht hast ach so das 3 tief weil ich habe einfach am boden noch als stein gemacht hätte ich das vision und stein slaps habe ich noch ich habe noch einen weg da noch hingemacht ruhig dir unbedingt nicht schauf mit effizienz jetzt was machst du denn vor in die erde weg zu schaufeln es geht schnell masse mehrere kleine stein schaufeln und fertig ich habe auch nichts größeres gemacht und ich habe doch alles tierwerk zu ich darf doch gar nichts kleines mehr nutzen achja ha 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 guck mich auch er ist denn ich habe vornherein gesagt macht das nicht obwohl letztens habe ich einen alten spitze genutzt er sowieso so eine komische regel finde ich naja wenn man das einmal macht es ist doch egal ja aber das in der wüste stört mich noch das weil der sand einfach nur eine textur hat und ist unglaublich das wird schon wieder dunkel ja bei mir ist es schon wieder dunkel ich werde ihn ausheben fangst wieder an tiere zu schlachten wenn ich welche finde da schon wieder spinn spinnis kommt her ab in kaktus ok ich gehe hier raus und ab in die wüste oh ich habe was gehört aber erst mal dann lege ich noch mal meine sachen ob die ich gerade mitgenommen habe also meine alten spitze kommen noch das wichtigste weglegen sterben